Von hier aus nimmst du den Kopf in deine Hände, ziehst ganz vorsichtig das Kinn zur Brust und dehnst den Nacken deines Empfängers, legst wieder ab und reißt mit den Fingerkuppen in den großen Nackenmuskel und massierst so den großen Trapeziusmuskel, der bei vielen Menschen sehr angespannt ist. Danach wanderst du mit Handballendruck wieder auf die Pektoralesfurche, lehnst dich vor, zählst leise bis drei, lässt die Arme gestreckt, löst den Druck und gehst wieder in die Akupressur. Hier siehst du nochmal eine Wiederholung, wie ich den Kopf anhebe und ihn sanft in meine Hände lege. Mit den Ellbogen bin ich jetzt in der Pektoralesfurche, gebe aber ganz wenig Druck und ziehe sie an meinem Gesicht vorbei in die Nackendehnung.